hey leute und willkommen zur nächsten folge von dune spice wars klar stahlfabrik so und das also ich habe am meisten schiss so ein bisschen vor den harkonnen hier nicht zugewiesener kennt machen wir mal hier hin er ist einem siege zugewiesen okay das lassen wir dann mal haben wir hier noch irgendwas cooles das muss man immer wieder neu machen und das hält dann zwei tage okay 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 ich gehe da in ein dorf ein jetzt können wir hier sehen was die da machen so das geht langsam nach oben tausend brauchen wir da komm wir da hin ne mit 11 wasser glaube ich nicht okay dann müssten wir jetzt unsere spice produktion noch mal erhöhen ja wir brauchen mehr wasser die haben das hier unten jetzt auch eingenommen also die harkonnen drehen glaube ich beim spice richtig auf die tube was haben wir hier das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen Ja, das nehmen wir auf jeden Fall noch ein hier. Dann würde ich aber auch wieder sagen, wir müssen hier auf jeden Fall alles ausbilden und machen hier nochmal so einen Raketenturm hin. So, äußerliche Steuer haben wir bezahlt. Das nächste ist 800. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ummodeln. So. Wir haben einen Wassermangel, aber es sind gleich ein paar Gebäude fertig, die dagegen springen. Jetzt sind wir wieder auf 15. Okay. Wenn wir das hier rein, 150. Okay. Rebellion ist im Gange. Okay, unsere... Milizen kämpfen, glaube ich, dagegen. Hoffe. Das ist natürlich, äh, schwierig. Das haben wir auch eingenommen. Warum hilft mir da jetzt eigentlich der Siege nicht? Wir müssen erst mal uns heilen. Du bleibst mal hier. Okay. Okay. Ihr geht hier mal angreifen. So, Forschung. Alle meteorischen Einheiten kriegen mehr Panzerung und wir können eine Kaserne bauen. Ich glaube, das mache ich mal. Kleines Konzil. Wir brauchen, glaube ich, das erst mal. So, hier ist alles voll. Das haben wir hier, Aufklärung. Kann man ruhig machen. We make you proud. We make you proud. Noch mehr Aufklärung. Oh, kacke. Los, weg da. So, dadurch ist natürlich unsere Spice Produktion ein bisschen eingeschränkt. Das Dorf rebelliert. Sandwurm entdeckt. Der wird evakuiert. Oh, hier wollen wir Spice kriegen. Ähm. Wir könnten den Ohr da vorne noch nehmen. Mhm. Oh, shit. So, hier haben wir immer noch einen Sandwurm. Inaktiver Ernter. Komm zurück. Jetzt müssen wir noch der eine Sandwurm hier weggehen. Oh, ich mache wirklich ziemlich miese gerade. Ja, Sir. Auch ab Sandwurm. So, was ist hier los? Oh, shit. Miliz haben wir hier. Wir würden eigentlich gerne eine Werkstatt bauen. Verbündeter Agent gefangen genommen. Dammit. Von Harkonnen. Ganz dagegen außerdem gegen eine Ressource eintauschen. Was willst du? Wir wollen unseren Agenten wieder haben. Wir geben dir dafür ein bisschen Einfluss. Handelt angenommen. Dann gehen wir hier wieder zurück. Ja, ich vertraue den Harkonnen nicht. Das ist alles sehr, sehr risky hier. Ja, das ist alles sehr, sehr risky hier. Was ist denn ein Quest-Ziel? Das Gespenst. Ein ungemeinitalisierter Undercover-Agent, den du für verschollen hielst, hat dich mit einer kritischen Information über den Gegner kontaktiert. Die Information erscheint Hand und Fuß zu haben. Plündere das Ding. Töte gegendische Einheiten bei einem Atreides-Einsatz. Erhalte einen Agent. Wir können ja eigentlich nicht plündern. Als Haus-Atreides. Das dauert ja echt nur ewig, ne? So, das sollte aber klappen jetzt. Ähm... Nicht zugewiesen erkennt. Wir lassen den auf jeden Fall mal in der Gegenspionage. Und dann machen wir den da rein. Und den hier rein. Oh, hier ist ein Sandwurm. Okay. Bau in Arak ist möglich. Hier ist auch einer, aber da ist nichts von uns. Das ist okay. Oh, hier ist auch eine Rebellion. Cool. Noch ein Sandwurm. Älter. Die gehen hier all in die Sandwürmer. So, Wüsten. Das, das, das. Was können wir jetzt hier noch bauen? Ich würde gerne hier, dass alle Einheiten im Panzerung mehr haben. Müssen wir aber warten, bis die Forschung fertig ist. Äh, wir könnten hier... Erntesammelrate pro Wirtschaftsgebäude im Dorf plus 5%. Und dann hätten wir das hier. Dann würden wir alles Solari-Produktion nochmal erhöhen. Das ist ganz gut, weil wir sind wirklich arg an der Grenze. Dann machen wir das einfach. Können wir hier noch irgendwas machen? Dass die das hier eingenommen haben, ist super nervig. Ähm, wir können jetzt das hier machen. Das mit dem Gespenst müssen wir noch machen. Ähm, Angriffsgerüchte. Ein Gerücht über die Beteiligung am Angriff auf einen Ziviltransport macht die Runde. Diese Verleugnung abzuleugnen würde das Gerücht nur weiter bekräftigen. 100 Manpower verlieren. Oder wir benutzen Intel und kriegen Einfluss. Hier würden wir mehr Ansehen kriegen. Es fehlt nicht mehr viel, dann sind wir sehr hoch. Es fehlt gerade wirklich der Einfluss. Den haben wir weggetradet. Verdammt. Können wir den irgendwie zurücktraden? Ne, wir machen jetzt erstmal das hier. Können wir irgendwo einen Angriff machen? Hm. Ups. Wart mal, bis die... Bis das Gebäude fertig ist. Dann können wir allen Erntern nochmal eine Crew geben. Weil wir haben jetzt wirklich super viele Arbeitskräfte. So, ein Erntner muss leider abdüsen. Da ist leider gerade ein Sandwurm. Wir machen gerade miese. Die gehen hier schon wieder angreifen. Wasserverkäuferkarawane. Das ist doch wunderbar. Da werde ich da angegriffen. Nativer Erntner. Der kann zurück. So, und die greifen den jetzt auch nochmal an? Oder wie sehe ich das? Wir gehen, Sir. Wir gehen, Sir. Wir gehen, Sir. Für Atreides. Für Atreides. Für Atreides. Wir sind bereit. Neue Kriterien für Resolation erfüllende Fraktionen. Wir gehen, Sir. Wir gehen, Sir. Wir gehen, Sir. Wir gehen, Sir. Haben wir das jetzt geschafft hier eigentlich? Wenn man nicht, oder? Hm. So, wir gucken mal durch. Auge des Rates. Haben wir das nicht geschafft, die Abstimmung? Hab jetzt leider gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. So, brauchen wir hier diese Guards? Bei allen Fraktionen. Können wir ruhig ablehnen, eigentlich, ne? Wir kriegen Auge des Rates. Sondereinrichten ist kostenlos, schneller und kann keine Gefangennahmen eines Agenten aktivieren. Der Verkauf. Das können wir ruhig machen, ja. Die Dick des Imperiums. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Ah, es wurde abgelehnt. Guckt euch das an. Alle haben dagegen gestimmt. 140, 180. Ne, da hätten wir noch viel mehr. Oh, die Assis. Das heißt, da werden hier wahrscheinlich auch alle dagegen sein, ne? Selbst wenn ich hier mit voller Pulle reinwuchtel. Machen wir mal so. Töte gegnerische Einheiten. So, warte mal. Wo kriege ich denn die Werkstatt nochmal her? Ja, schaltet die Werkstatt frei. Das müssen wir machen. Okay, die Einheiten haben nicht als Gegner gezählt. Alter, das ist natürlich blöd, Alter. Hier, die machen jetzt hier alles komplett kaputt da bei den Harkon. Der stört uns nicht. So, wir müssen warten, bis das Gebäude hier weg ist. Äh, fertig ist. Und dann können wir unsere Spice-Produktion nochmal ein bisschen erhöhen. Geldtechnisch sieht es echt schlecht aus. So, das nehmen wir langsam ein. Wir haben super wenig Autorität. Wie sieht's denn hier aus? Wir sind immer noch vorne. Relativ knapp, aber wir sind vorne. Die Harkonnen. What do you want? Was wollen die politische Vereinbarungen? Und ein Handelsabkommen? Dafür sollen wir den ziemlich viel. Mh. Ging hier aber super wenig Autorität, Produktion. Ne. Mit den Harkonnen, äh, verhandelt man sowieso nicht. Das ist ja cool. Man kann die Einheiten nochmal anders ausrüsten. Ui, ui, ui. Wir haben super viel Manpower, ey. Das gibt's nicht. Wir haben überall Milizen drin. Was können wir hier noch bauen? Das ist uns aber alles Wasser. Da brauchen wir trotzdem so eine Windfalle. So, wir haben unsere Spice-Produktion auf jeden Fall geschafft. Sondern es kommt jetzt hier irgendwas Dummes dazwischen. Aber unsere Solari-Produktion ist super bad. Boah, scheiße. Wir haben alles verkackt, tatsächlich. Wieso stimmen denn die ganzen kleinen Fraktionen für Haus Harkonnen, verstehe ich es nicht. Jetzt sind die tatsächlich im Rat. Und hier haben sie auch gewonnen, auch um 10 Punkte. Das wurde zum Glück abgelehnt. Leute, Leute, Leute. Wir sind fast bei sehr hoch. Das hat ja wirklich alles... ...gegengehauen. So, warte mal. Wir machen jetzt hier mal gegen Spionage. Das Dorf kontrolliert, das ist gut. Wie sieht's denn mit dem hier aus? 65. Das dauert leider noch ein bisschen. So, wir haben Milizen hier drin. Wasser wäre hier richtig krass. Machen wir mal so. Und Solari-Produktion pro, Gebäude, Militär, das ist egal. Aber alles, was mit Wasser zu tun hat. Ach so, ist das von daneben. Okay. Können wir auch zwei davon bauen? Nee. Aber wir könnten einfach noch so einen Tau-Sammler daneben machen, ne? Hm. Ich glaube, ich würde hier gerne mal noch so eine große Gebäude bauen. Okay. 17.000 Abgeschlossene Ereignisse. Spice-4-Vertrag erfüllt. Kontrollierte Regionen. Können wir jetzt hier noch irgendwas einnehmen? Noch mehr Aufklärung. Können wir jetzt hier auch verkaufen. Okay. Können wir hier mal ein bisschen Produktion zurücknehmen. So, hier kriegen wir auch noch mal Kohle. Da kriegen wir auch Kohle. Müssen wir hier noch mal einfach ein... Einfach einen billigen Soldaten bauen. Ne, geht nicht. Dann... Schicken wir mal ein hier kurz drüber. Oh, da hat der Ort untersucht. Oh, komisch. Das Bau in Arakis wirklich so. Okay, wir haben 1000 wieder. Okay, okay, okay. So. Jetzt fehlt hier noch diese Niederlassung. Da brauchen wir noch unbedingt eine Forschung. Dann würde ich sagen, machen wir erst mal das mit dem Militär. Wir kriegen mehr Erfahrung und mehr Kraft. Aber uns ist eigentlich eher die Panzerung wichtig, ja. Ja. Würde ich sagen, machen wir das. Merken wir unsere Leute auch noch mal. Wasser sieht jetzt auch wieder besser aus. Wir haben aber auf jeden Fall zu wenig. Und jetzt machen wir null Kohle. Okay. Also wir müssen unbedingt unsere Produktion erhöhen. Was das Geld angeht. Hm. Ready. On it. So. Ach ja, wir können jetzt endlich hier, das habe ich ganz vergessen, noch eine Crew reinpacken. Ihr seht da, eins von zwei haben wir. Und wenn wir die hier reinpacken, erhöht sich das nochmal um 15%. Das hätte ich eigentlich schon vor 50 Minuten machen sollen, so nach dem Motto. Aber lieber später als nie. Und dadurch ist unsere Spice-Produktion jetzt auf fast 400, äh, auf 145 so rum. Dann können wir doch noch ein bisschen wieder zurückdrehen. So, hier ist was, was man gerne mal untersuchen könnte. So, Autorität geht eigentlich. Können wir auch... Das können wir auch nicht machen. Ich würde eigentlich gerne die Harkonnen angreifen, aber ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Und vor allem, ich breche dann den Nicht-Angriff-Pakt. Aber... Inkunft der Abtrünnigen. Die Raumguilde wünscht ihre Entfernung. Ja, die sind natürlich hier am Arsch der Welt, ne? Obwohl, wir haben 36 Wasser. Holy shit. Äh... Ja, ist erstmal egal, würde ich sagen, oder? Die Främen. Die wollen so ein bisschen von allem, würden uns aber Einfluss geben. Ich glaube, das machen wir mal. Mal gucken, dass das mit unserem Dings noch geht. Ich würde die nächste Wahl wirklich gern mal irgendwie, äh, gewinnen. Der Hunter hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber der hat dann noch Milizleute drin. Also ich müsste hier wirklich mit allem reinreiten, was ich habe. So, Delegation, kleines, kleinere Häuser. Ich bitte dich um Hilfe. Sie möchten einen deiner Gegend erreichen. Die hat doch die Mittel, ist dies zu gefahrlos zu tun. Wir würden mehr Einfluss kriegen oder mehr Ansehen. Ansehen. Dann sind wir nämlich jetzt bei 400. Unser Ansehen ist sehr hoch. Nice. Also wenn wir jetzt hier beim nächsten Mal nicht alles weckauen. So, was ist das? Staatsgrundentwicklung. Cool. Nehmen wir. Hier ist auch noch was. Kannst du das hier noch untersuchen? Das wäre cool. Das brauchen wir nicht. Aufklärung brauchen wir auch nicht. So, wir sind immer noch in Führung. Es wird langsamer Zeit, wie gesagt, jetzt, dass wir hier mal ordentlich was mitkriegen. Yes, taking position. Okay. Das sind die 26 Tage dauert. Das dauert nur 12 Tage. Und da kriegen wir noch einen Agentenplatz. Wir müssen jetzt hier über, ups, wir müssen jetzt hier drüber Erfolg haben. Dieser Agent produziert von allen Feldressourcen 20%. Da haben wir es alles voll. Äh. Was ist das, der wieder gefangen genommen wird, ne? Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Intel. Wir haben gleich wieder Dings. Ich verkaufe mal Anteile. Kann nix bauen, ne? Shit. Okay, ich muss unbedingt rausfinden. Afea-Integration. Ah ja. Das müssen wir als nächstes forschen. Okay. Bin ich sicher, ob ich noch ein bisschen mehr bauen sollte hier. So viel Ressourcen. Wartungszentrum ist in der Nähe. Hm. Plus ein Vorkommen in dem Dorf. Können wir das einfach mal machen. Wir müssen hier ein bisschen mehr bauen. So. Großmarkt. Das können wir auch nochmal reinklatschen. Hier würden wir eigentlich gern diese Werkstatt bauen, ne? Da. Alles das hier. Ja, Werkstattressourcenplan. Generiert. Oh. Pro Tag. Das machen wir. Ähm. Ja, hier oben die Schmuggler sind. Und einfach nur, um safe zu sein, würde ich hier das noch hinbauen. Und der hat hier auch eine richtig gute Windstärke. Machen wir nochmal das hier mit hin. So, Abstimmung. Lanzratsunterstützung. Fraktionsabwehr, Informationsstufe, kann nicht unter 2 liegen. Richter des Rates. Wir sind immun gegen negative Effekte. Setzt so Kommandopunkte für die Dauer der Resolution auf 80. Krass. Ne. Wir bomben jetzt hier alles rein. Machen wir mal 2 weniger und machen so. So, wenn das jetzt nicht klappt, ja, dann fresse ich hier ein Besen. So, was haben wir denn hier? Spice. Sehr schlechte Windproduktion. Flugplatz. Halterungsverzögerungsbeister ist das durchaus schon, dass der Raumgülder ein richtiges Interesse an dem Planeten zeigt. Handelt man Ressourcen mit der Gildenkunst. Großmarkt könnten wir machen. Oder einfach ein Vorkommen mehr. Gilt das auch für Spice. Wartungszentrum haben wir hier. Wir könnten einfach das noch machen. So, was haben wir hier? Wir haben so viel von diesem Stahl. Nur ein Wassermeer. Einfach mehr Wissen. Dann machen wir einfach einen Großmarkt hin. Na komm. Was soll's? Das ist voll. Da brauchen wir erst die Forschung. Okay. Na, ich bin gespannt. Aber ich würde die dann so gern angreifen. Die sind auch gerade nicht da. Aber ich weiß, wie gesagt, die Harkonnenmann, die... Oh. Die hauen uns, glaube ich, kaputt, wenn wir da irgendwas falsch machen. Könnten jetzt theoretisch... ...das Ding hier noch einnehmen. Und wir können jetzt den Sieg hier übernehmen. Warte mal. Wir machen den da rein. So, dann haben wir den auch befreundet. Oh oh. Ach, der nimmt die weg. Okay, das ist gut. Wegnehmen ist immer gut. Hm, das haben wir hier. Oh, ganz viel Gold. Das nehme ich. Wo wir jetzt eigentlich gut dastehen. Ich mach mal... ...bisschen mehr ins Lager. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut rein. Also, wir liegen noch in Führung. Und ich versuche jetzt, dass wir hier in diesem Landsrat... ...vielleich sogar die Wahl bekommen, dass wir... ...der... ...das Gouverneursamt bekommen. Aber wir brauchen immer noch... ...ein bisschen mehr Standing. Also 50 fehlen noch. Und wir müssen einen von den Sitzen hier, glaube ich, haben. Daher dauert es leider noch ein bisschen. Da bricht und verhindere Kämpfe. Hm, lassen wir mal. Gut, dann würde ich aber sagen, lassen wir das erstmal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat soweit erstmal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis denn, bye bye.